René Goscinny, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist. Einmal musste der Tag ja kommen, an dem die Wahrheit sich Bahn bricht, an dem die Menschheit endlich den Schlüssel zu jenem Mysterium findet, dass sie seit mehr als 2000 Jahren in Atem hält. Gewiss, schon seit Generationen ist überliefert, dass Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank des Druinen geplumpst ist. Das wird man ja wohl wissen, wie Obelix zu sagen pflegt. Aber bis zum heutigen Tage hat kein Sterblicher Kenntnis davon genommen, wie sich dies wirklich zugetragen hat. Nun denn, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Kein anderer als Asterix ist es, dem ein Teil der Verantwortung für diese noch unentdeckte Geschichte zukommt. Ihm haben wir deshalb gebeten, jetzt den Schleier über dem Geheimnis zu lüften. In diesem Sinne, Fiat Lux. Es werde Licht. Ich wurde in einem kleinen armorikanischen Dorf geboren, das euch aus meinen Abenteuern wohl bekannt ist. Dort habe ich meine ersten Schritte gemacht. Dort bin ich groß geworden, allerdings nicht übermäßig, das ist klar. Ich bin schon immer von kleinem Wuchs gewesen, so wie mein Vater und meine Mutter. Meine Mutter war sehr schön, aber so zierlich, dass mein Vater sie sein kleines Stummelchen nannte, wobei er immer laut lachte. Zunächst spielte meine Mutter dann stets die Empörte, musste aber schließlich selbst mitlachen. Und danach bereitete sie uns ihre Spezialität zu. Wildschweinbraten. Wir waren damals sehr glücklich, genau wie alle unsere Nachbarn. Ich hatte eine Menge Freunde. Trubadix, der Barde werden wollte. Unglücklicherweise hat er es in die Tat umgesetzt. Automatix, dessen Vater unsere Waffen schmiedete und viele andere, von denen ich euch bereits erzählt habe. Mein bester Freund aber, das war mein kleiner Nachbar Obelix, der Sohn des Maßschneiders. Er haute Hinkelsteine auf Maß, versteht sich. Obelix war damals schon ein etwas dicklicher Junge und ein großer Nimmersatt, dabei sehr freundlich und überaus sensibel. Und ich weiß, dass euch dies überraschen wird. Obelix mochte sich nie schlagen. Er war ein wenig träge. Oft wurde er deshalb für die anderen zum Prügelknaben und zur Zielscheibe ihrer Hänseleien. Obelix aber beschränkte sich meist auf ein friedliches, gutmütiges Lächeln. Und ein ums andere Mal musste ich ihn gegenüber unseren Kameraden verteidigen. Juhu, Obelix ist ein Mädchen, Obelix ist ein Mädchen. Wenn ihr meinen Freund nicht in Ruhe lasst, bekommt ihr es mit mir zu tun. Ach ja? Ich glaube, dass daher unsere dicke Freundschaft rührt. Und während der Pausen teilte Obelix auch immer sein Frühstück mit mir, Wildschweinbraten. Wenn ich euch von Pausen erzähle, dann deshalb, weil wir auch in die Schule gingen. Ja, ja, die gab es damals schon. Und der Droide Mirakulix war unser Lehre. Jene Droiden, die sich um unsere Bildung kümmerten, wurden schriftgelehrte Droiden genannt. Und unser Droide war der gelehrteste von allen. Während wir uns seit unserer Schulzeit sehr verändert haben, sah Mirakulix damals bereits genauso aus wie heute. Allein schon sein würdiger weißer Bart machte ihn unverwechselbar. Mirakulix war sehr weise, und ich habe nie vergessen, was er uns beigebracht hat. Er lehrte uns Geometrie. Wie berechnet man das Volumen eines Hinkelsteins? Arithmetik. Wenn ein Gallier drei Römer vermöbelt, wie viele Römer werden dann von sechs Galliern verhauen. Geografie. Die Wasserläufe Galliens. Geschichte. Unsere Vorfahren. Naturkunde. Das Wildschwein. Sein natürlicher Lebensraum. Seine Zubereitung. Und schließlich die gallische Grammatik. Nun, Obelix, wer waren unsere Vorfahren? Also unsere... Auch wenn ich euch ein bisschen wie ein Angeber erscheinen mag, will ich doch zugeben, dass ich ein sehr guter Schüler war. Ehrlich gesagt, ich war sogar Klassenbester. Leider muss ich hinzufügen, dass dies bei Obelix nicht der Fall war. Verträumt, zerstreut und vergesslich, wie er nun mal war, bekam Obelix oft Ärger mit unserem Druiden. Deshalb begleitete ich ihn auch fast jeden Tag von der Schule nach Hause, um ihm bei seinen Hausaufgaben zu helfen. Zwei und zwei. Ist das weniger, mehr oder gleich viel wie drei und eins? Hö, das kommt darauf an, ob es Wildschweine oder Strafarbeiten sind, Asterix. Ich erinnere mich noch gut daran, wie seine Mutter uns oft eine köstliche Speise nach eigenem Hausrezept zubereitete. Wildschweinbraten. Von Zeit zu Zeit griffen die Römer das Dorf an. Das war immer ein Fest. Die Schule fiel aus, weil der Druide damit beschäftigt war, den Zaubertrank für unsere Väter zu brauen. Voller Ungeduld brannten sie darauf, sich unter Führung von unserem jungen Chef Majestix endlich ins Gefecht zu stürzen. Alle brüllten beim Teutates und beim Pelenos oder die spinnen die Römer, als sie von dannen zogen. Die Gallier saufen die Suppe und die Römer müssen sie auslöffeln. Wir waren traurig, dass wir noch zu klein waren, um den Älteren in den Steinbruch zu folgen. Das war der Ort, wo normalerweise Hinkelsteine und Römer gehauen wurden. Sicherlich ist es ungezogen, sich immerfort prügeln zu wollen, aber schließlich waren es Cäsars Mannen, die stets anfingen. Natürlich muss ich zugeben, dass wir Gallier an einer Keilerei schon immer unseren Spaß hatten. Und da wir schon beim Spaß sind, den gab's auch bei der Heimkehr der Kriege. Sie brachten Trophäen mit meist Römerhelme, hauten sich gegenseitig auf die Schulter und erstickten fast vor Lachen, wenn sie an die dummen Gesichter der Römer beim Eintreffen der gallischen Horde dachten. Schließlich gab unser Chef dann zur Feier des Sieges ein großes Bankett, bei dem unser traditionelles Festmahl im Überfluss serviert wurde. Wildschweinbraten. Wir hatten sie einfach gern, die Römer. Eines Tages hatten die Römer mal wieder einen Angriff versucht. Unsere Väter und älteren Brüder waren ihnen freudig entgegengezogen und unsere Mütter brieten bereits die Wildschweine für das Siegesbankett. Wir kleinen Gallier fanden uns ohne Aufsicht im Schulhof wieder und überlegten, womit wir uns die Zeit vertreiben könnten. Ich hab's! Wie wär's, wenn wir auch eine Schlacht gegen die Römer schlagen würden? schlug Gummi Arabix vor. Gummi Arabix war der stärkste der Klasse. Ein hartgesottener Bursche, der nichts als Raufereien im Kopf hatte. Alle Welt war gleich einverstanden, nur hielt ich ihm entgegen, wo er denn einen Römer auftreiben wollte. Obelix spielt den Römer, entgingelte er schlagfertig. Wir? Wir sind die Gallier und Obelix ist der Dicke der feindlichen Truppe. Ich wollte nicht, aber alle anderen fingen sofort zu brüllen an beim Teutates, beim Belenus und stürzten sich auf den armen Obelix, der sie nur mit großen Augen anstarrte. Natürlich hab ich ihn verteidigt und dem Nu war eine schöne Keilerei im Gange. Ich hab gesagt, Finger weg von meinem Freund Obelix. Ach ja! Als die anderen schließlich genug hatten, blieb mein guter Obelix allein auf dem Boden sitzend zurück. Ein Auge schillerte blau, er blutete aus der Nase und heulte vor sich hin. Also, so kann das nicht weitergehen mit dir, versuchte ich Obelix klarzumachen. Du musst lernen, dich zu wehren. Würde ich ja gern, gab er mir zur Antwort. Aber wie? Nachdem ich über die Frage eine Weile nachgedacht hatte, kam mir eine Idee. Ich wusste, dass der Druide mit den anderen losgezogen war, um ihnen im Kampf gegen die Römer zur Seite zu stehen. Mir war außerdem bekannt, dass sich in seiner Hütte noch ein Kessel mit Zaubertrank befand. Pass auf, wir schleichen uns in die Hütte von Miraculix, dem Druiden, schlug ich Obelix vor. Dort nimmst du einen Schluck Zaubertrank zu dir, gerade so viel, wie du brauchst, um den anderen aus unserer Klasse eine Lektion zu erteilen. In die Hütte? Prostete Obelix heraus. Aber das ist doch streng verboten. Ich hab Angst. Neben allem anderen war Obelix nämlich auch noch ängstlich. Er hatte nicht nur, wie wir alle Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Obelix hatte sogar Angst vor den unbedeutendsten Gefahren, wie zum Beispiel den Römern. Trotzdem ist es mir schließlich gelungen, ihn zu überzeugen. Zitternd und mit schlotternden Knien hat er eingewilligt, mir zu folgen. Um ehrlich zu sein, war ich auch ganz schön aufgeregt. Und ich fühlte mich ein wenig wie ein Wildschwein kurz vor einem gallischen Siegesmahl. Das Dorf war nahe zu verlassen und ohne gesehen zu werden, konnten wir uns an die Hütte unseres Druiden heranpirschen. So beeil dich doch, Obelix. Aber ich will ja. Nur meine Beine wollen nicht, wie ich es will. Psst, mach nicht so einen Lärm. Das bin ich nicht. Das sind meine Knie. Noch ein Moment des Zögerns und dann waren wir drinnen. Ich habe Obelix eine Hand hinter mir herziehen müssen, nachdem er auf einmal meinte, eigentlich hätte er gar keine Lust, seinen Klassenkameraden eine Lektion zu erteilen. Und sie hätten doch auch ein Recht darauf, sich zu amüsieren. Das Innere der Hütte lag im Halbdunkel. Alles war sehr geheimnisvoll. Es gab goldene Sicheln, Misteln, Kräuter, verschiedene Kessel und allerlei unbekannte Gerätschaften. Komm, nichts wie weg hier, wimmerte mein armer Obelix und fing an zu zittern wie Wildschwein in Aspik. Das wird wie ein gestürzter Pudding zubereitet, nur kommt anstelle des Puddings Wildschwein hinein. Aber da, genau in der Mitte der Hütte, stand ein großer Kessel. Bis zum Rand gefüllt mit Zaubertrank. Ein riesiger Kessel, dem ein seltsamer Duft entströmte. Der Zaubertrank, dort im Kessel, flüsterte ich aufgeregt. Zu meiner großen Verwunderung machte Obelix auf einmal gar keine Schwierigkeiten mehr und sogar sein Zittern legte sich. Kein Zweifel. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen und er schmatzte. Ja, riecht das gut beim Teutates. Einen kleinen Schluck könnte ich ja mal probieren. Ich wollte die Gunst der Stunde nutzen und half ihm, sich bis an den Rand des Kessels hochzuziehen. Ich gab ihm den Rat, bei der Gelegenheit sofort einen ordentlichen Schluck zu nehmen, während ich selbst vor der Hütte Schmiere stehen wollte. Doch kaum hatte ich die Hütte verlassen, wen sehe ich da kommen? Natürlich, ihr habt es erraten. Es war Miraculix, unser Druide. Der Kampf war schneller beendet als vorgesehen. Später hörte ich dann, die Römer waren diesmal gar nicht gekommen, um sich zu prügeln, sondern um einen Waffenstillstand vorzuschlagen. Aber bis sie das den Unserigen klar gemacht hatten, war die Schlacht für sie auch schon verloren. Obelix, zischte ich meinem Freund erschrocken in Richtung Hütte zu. Versteck dich schnell, der Druide ist im Anmarsch. Alles, was ich noch mitbekam, war ein deutlich vernehmbares Plumps aus dem Innern. Ich konnte aber nicht mehr nachsehen, was passiert war. Schon ging nämlich der Druide mit einem Lächeln an mir vorbei und betrat seine Hütte. Ich hatte ganz schön Bammel um Obelix. Doch dann, einige Augenblicke später, ein Aufschrei. Ich sah den Druiden, wie er mit meinem Freund Obelix auf dem Arm aus der Hütte rannte. Obelix, völlig durchnässt, schaute wie ein sattes Schweinchen aus. Welch ein Wunder, welch ein großes Wunder, rief Mirakulix aus. Seht nur, diesen Lausebengel habe ich aus meinem Kessel mit dem Zaubertrank gezogen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, kein Tropfen von dem Gebräu war mehr drin. Mein armer Kleiner, wo er doch so zart und zerbrechlich ist. Obelix rieb sich satt und zufrieden den Bauch und zögerte dann nicht lange. Sofort machte er sich auf die Suche nach unseren Kumpanen, um ihnen eine kleine Lektion zu erteilen. Von diesem Tag an wagte es keiner mehr, sich über meinen guten Obelix lustig zu machen. Und jetzt sind wir alle miteinander dicke Freunde. Was, Obelix? Dick? Wer ist denn hier dick? Ja, das war die ganze Geschichte. Nun muss ich euch verlassen, denn ich will mich zu Obelix aufmachen. Er hat mich nämlich heute zum Abendessen eingeladen. Ich glaube, diesmal gibt's unser Leibgericht. Wildschweinbraten! 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 Untertitelung des ZDF, 2020